Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cybermage Darklight Awakening. Ja, ich bin nochmal durch die ganzen Büroräume gegangen, nach der Suche von Cats Report 6. Und ich habe es tatsächlich gefunden, der Zugang hier war schon offen. Wir haben den wahrscheinlich schon irgendwie mal freigelegt und ja, hier ist es. Nehme ich an, jawohl. Es ist Nr. 6. Das heißt, am Ende dieser Episode werden wir auf jeden Fall da zurückgehen und uns alle Kassetten anhören. Zumindest wenn wir dann wieder zurückkommen. Ja, und jetzt schaue ich mal, wo wir weiter können. Denn unten beim letzten Mal, da brauchen wir ja diesen Netzhardscanner. Aber ich glaube nicht, dass wir den hier oben finden. Wahrscheinlich müssen wir da wirklich da runter gehen, um den zu finden. Ja, hier waren wir auch schon drin. Das ist alles nicht sehr berauschend. Das heißt, wir gehen da jetzt einfach nochmal runter und hoffen, dass wir dann weiterkommen da. Wow, ich bin mal in einen Lift reingekommen, ohne dass er mir vor der Nase zugeht. Das ist ja mal erfreulich. So, hier war das. Dann mussten wir, glaube ich, hier hinten lang, nachdem wir mit diesem Fahrstuhl runtergegangen sind. Nachdem wir den zuerst mal überhaupt freigeschaltet haben, also den Zugang dazu zumindest. Sehr schön. Dann weiter in diesem langen Gang. Gucken vielleicht, ob an den Wänden noch irgendwelche Schalter sind. Und so, hier leuchten diese roten Dinge am Boden nicht. Ich glaube irgendwie nachher haben die angefangen zu leuchten. Vielleicht hat das irgendwas zu bedeuten. Oder leuchten die auch nicht. Ne, die leuchten auch nicht. Oder vielleicht leuchten sie auch und ich sehe es als nicht leuchten an. Naja. Zumindest nicht blinke, blinke. So, was gab es hier nochmal? Hier ist ein Kraftfeld mit der Notbewaffnung. Wo ich immer noch nicht rausgefunden habe, wie man es öffnet. Vielleicht einfach mal draufhauen. Ne. Sternfeuer? Ne. Kann ich den von hier erst töten? Nein. Vielleicht können wir irgendwas sehen. Wow. Er trifft aber. Ah, er hat diese Bomben. Okay. Der Kollege hat dich wohl gerade über den Jordan geschickt. Ja, ich bin ein bisschen erkältet. Vielleicht hört man das. Ich hoffe, es ist nicht zu schlimm. So, was war hier hinten. Hier ging es nach oben. Genau. Hier unten brauchten wir den Netzhautscanner, den wir nicht haben. Und da waren auch diese Hunde, genau. Ist vielleicht hier irgendwo ein Schalter. Was ist das da für ein Schalter hinter der Tür? Der sieht mir... Oh, Moment mal. Der hat doch den Netzhautscanner dabei. Da war ich wohl nicht so gründlich. In Ordnung. Was passiert jetzt? Äh. Nichts wirklich Sinnvolles. Ha. Na gut, aber ich glaube, wir brauchen den auch noch an einer anderen Stelle. Deswegen nehmen wir den einfach mal mit. Da hätten wir ja schon mal was erreicht in dieser Episode. So. Gehen wir hier lang? Ne, Moment. Das war nur der Geheimzugang. Ich glaube hier hinten. Genau. Und ich wette, jetzt kommen wir da auf der anderen Seite wieder raus, wo wir... ...die wir Notbewaffnung gesehen haben. Oh. So. Schwebt das Ding noch? Nein. Sehr schön. Ups. Ja, man müsste auch schnell genug sein. Ansonsten geht das natürlich nicht. Wo sind wir jetzt? Ah, das war der grüne Schalter. Wow. Für die nehme ich gerne das Elektrox, weil man dann die Seelen auch einsammeln kann. Für die nehme ich gerne das da. Ja, hier sind noch mehr von den Bombenschmeißern. Die mag ich gar nicht. Die haben eine große Chance, dass man einfach mal die ganze Panzerung verliert. Hä? Komm, du kleiner Wicht. So. Ja, fast. Hey. Ja, das meine ich mit der Panzerung. Direkt mal auf 25 runter. Solange sie nicht ganz weg ist, ist das okay. Wir haben auch wieder 6.000 Dollar. Das ist irgendwie vor allem die Brustpanzerung, der da drunter leitet. Die anderen Panzerungsteile scheinen davon nicht allzu stark beeindruckt, sich zu sein. Das wäre natürlich ärgerlich, wenn wir extra dafür eine Panzerung plus verwenden müssten. So, hier ist eine Weltkarte. So, hier ist eine Weltkarte. Interlink. So, hätten wir den. Der wird wahrscheinlich auch nur wieder den Fahrstuhl runterbringen. Genau. Das war eigentlich zu erwarten. Hier geht's nach unten. Gehen wir erstmal kurz oben lang. Gucken. Ha. Was macht das? Wow. Hilfe. Ich seh' nicht. Bosskampf. Wow. Ich kann leider nicht verstehen, was er sagt. Es tut mir leid. Ich kann nur einfach drauf los schiessen. Ich glaube, wir haben auch einen neuen Zauber erhalten. Autsch. Ich soll vielleicht mal eine Medizin einnehmen. So, bist du? Da hinten bist du. Au. Hey. Ups. Hey. Der ist direkt hier vor mir. Wie hält der denn aus? Wow. Raketenwerfer. Okay. 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 Juhu. Fünf Leben. Super. Psy-Feuer. Was kostet das? 15. Wow. Cool. Orange. Was ist das? Das Damacon. Jawohl. Danach haben wir gesucht. Die ganze Zeit. Ähm. Ja. Ich hätte eigentlich... Ich würde eigentlich gerne nochmal zurückgehen. Vor allem, weil wir die Bänder noch abspielen möchten. So. Das klappt ja super bei denen. Außer es ein bisschen Verschwendung. 15 dafür auszugeben. Die kleinen Wichte. Eigentlich dürfte ich mich von dem blöden Baum auch nicht treffen lassen. So einfach ist es eigentlich nicht denen aus... Äh. So ja, der Bosskampf, abgesehen davon, dass wir relativ viel Munition verballert haben, ist das eigentlich relativ schmerzlos über die Bühne gegangen. So. Ach, das ist nur wieder der Weg zurück. Und jetzt ist glaube ich das... Tor auf der anderen Seite bei der Notbewaffnung aufgegangen. Ich hätte mir jetzt eigentlich gewünscht, dass man die Notbewaffnung kriegt, bevor man den Bosskampf macht. Aber naja. So ist das halt. Ich glaube, ich werde mal einen richtigen Speicherpunkt anlegen. Nachdem wir diesen fiesen Boss erfolgreich niedergemitzelt haben. So, Notbewaffnung. Ach komm schon. Das muss doch gehen. Hey. So, schnell die Seele einsammeln. Ich werde dann glaube ich, nachdem wir die Bänder angehört haben, auch nochmal, wenn das geht, das Gespräch von Sri Feng war das glaube ich. nochmal anhören, damit wir das hier auch noch drauf haben, für die, die es sich anhören möchten. Das ist natürlich ein bisschen doof, wenn mit dem Bosskampf auch noch gesprochen wird. Der einzige, der während Bosskämpfe spricht, das bin ich. Das hat er gefälligst zu respektieren. Dafür muss der einen Preis zahlen. So, ich will hier. Ich will hier das Ding haben. Das muss doch irgendwie aufgehen. Mist. Hier vielleicht irgendwie einen Geheimschalter. Hier vorne. Mal schön die Wände, an den Wänden Ausschau halten, nach Schaltern. So, das sind ja mehr von euch. Echt. Tut mir leid. Wenn die Panzerung ganz weg ist, dann lade ich das. Wenn ich keine Chance habe, noch mindestens ein Panzer Plus zu verwenden. Denn ich weiss nicht, ob ich an die 60 Panzerung wieder hinkomme. Und nur wegen einem kleinen Fehler. Ja. Das ist ein bisschen blöd. So. Wir haben direkt noch eine mitgekriegt von der Tür. Hervorragend. So, dann wieder zurück. Das Ganze nochmal. Wahrscheinlich muss ich auch den Speicherpunkt nochmal anlegen. Genau. So. Die Notbewaffnung. Ja. Ist immer noch da. Plus 20 Gesundheit. Das ist erfreulich. Sind glaube ich auch jedes Mal wieder anders. Die Seelen. Die werden wahrscheinlich zufällig erwürfelt. Auf seinem vordefinierten Bereich. Das ist echt brutal mit den Bomben. Das gibt's noch nicht. Das Problem ist auch, eine Panzerung Plus würde mich aber wahrscheinlich nicht weiterhelfen. Ach komm schon. Kleiner fieser Penner. Vielleicht nehmen wir einfach die Bläserpistole. Und braten die mal eins über den Kopf. So. Hätten wir das. Da ist eine verbarrikadierte Tür. Was ist das hier? Die Selbstzerstörung. Hm. Ich glaube nachher müssen wir rennen. So. Ich mache jetzt was. Ich renne jetzt zurück. Werde dann die Bänder abspielen. Komme dann hier wieder zurück. Und dann sehen wir uns hier wieder. Und am Ende werde ich die Bänder noch reinschneiden. Nicht, dass es jetzt hier unterbrochen wird. Also bis gleich. So. Da sind wir wieder bei der Selbstzerstörung. Ich mache schon mal hier die Tür auf. Das sieht auch wieder ein bisschen gefährlich aus. Hm. Ich überlege mir jetzt vielleicht zuerst mal hier. Da höre ich irgendwas. Licht. Vielleicht müssen wir zuerst die Selbstzerstörung betätigen. Ich mache mal einen richtigen Speicherpunkt. Ich finde den Fall, dass irgendwas schief geht. Ich mache mal einen richtigen Speicherpunkt. Ich mache jetzt die Probe. Ich mache mal eine있ende Speicherpunkt. Sieben Minuten. Sieben Minuten. hui sie vorher hilfe plus drei leben schnell weg ich müssen wir die ganzen türen hier aufmachen ich wollte mich vorbeischleichen es ist hier dunkel hier ist mir hergekommen okay da hinten ist ein schalter nicht tot so dann das ganze noch mal diesmal werde ich aber glaube ich in aller ruhe okay das sind die ganzen türen noch nicht offen vielleicht irgendwas was uns licht gibt nicht wirklich okay sie vorher in die hand machen wir das ganz normal sieben minuten haben wir um dieses gebiet zu verlassen ja die panzerung na moment ich werde glaube ich bevor wir das hier machen und panzer plus verwenden und hoffentlich kommen wir dann irgendwo hin wo wir wieder neues kaufen können ich erledige ich erledige komm schon du kleiner wicht okay hier ist ein schalter sehr gut dann war wahrscheinlich ist in jeder ecke ein problem ist die sieht man so nicht die sieht man wenigstens Mist und die halten auch richtig viel aus die schweine ich habe keine keine munition mehr oder besser gesagt kein mantra und schnell sind sie auch ja sechs minuten was war hier hinten wow ups das war der falsche knopf wir müssen gleich wieder zurück sein na gut ich fixe das mal kurz bis gleich so da sind wir wieder ok noch ein neues das könnte eine weile dauern so hier hinten wie viele schüsse braucht man denn für den ist ja unglaublich ja ich kann direkt die andere waffe nehmen laserpistole in die hand hm Mist vielleicht sollte ich von anfang an irgendwie eine vernünftige waffe nehmen könnten wir das fusionsgewehr ausprobieren so ich weiß nicht ob das flächendamage macht aber es macht auf jeden Fall guten Schaden na gut aber wir müssen jetzt nicht die ganze munition verschwenden die wird wahrscheinlich schon auf teuer sein und für die gegner brauchen wir das eigentlich gar nicht komm schon boah was hält halten die denn aus bitteschön ist das unser zielort wo wir nachher hin müssen wenn wir alle schalter betätigt haben weiß ich nicht das ist echt krass dass man hier nichts sieht so kommt hier her wo ich euch sehen kann dankeschön hm gegen die war das glaube ich ganz gut so einer zwei die müssen noch noch weitere von diesen hunden sein glaube ich ist jetzt hier hinten offen ne irgendwas fehlt noch schauen wir uns mal hier unten um hier ist offen wow so ich werde das jetzt mal speichern so fünf minuten haben wir das müsste eigentlich reichen wahrscheinlich gibt es da im dunkeln nicht jede Menge Secrets Mist Vieh ja ist klar Blaster funktioniert funktioniert so versteckte Schalter gibt es hier keine und hoch mit uns ups ich vermute immer dass wir ziemlich am Ende des Levels sind weil es einen Countdown gibt in der Regel sind die ja doch einigermaßen fair wie konnte ich denn da bitte vorbeischießen das geht doch gar nicht jawoll gut verlassen wir diese Mission in der Hitze danach ziehen wir wieder und das ist schon mal kein Respawn das scheint es schaut soweit mal ganz gut aus okay gut dann war es das jetzt für diese Episode wir sehen uns jetzt noch die Bänder an und sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder und ja viel Spaß mit den Bändern so und zum Schluss wie gesagt noch die Bänder zuerst hören wir uns mal noch das Gespräch mit durch die Fängern oder was uns da an den Kopf geschmissen hat viel Spaß damit ich habe dich beobachtet wir schreife finden deine Fortschritte die das Maradach-Mann betreffen Interessant ja ich kann in dir das Mann rat sehen Necron fehlt dieses junge Feuer vielleicht hat er sich deshalb unsere Kontrolle entzogen aber du ich spüre dass du gegen das Damm-Machergang gekommen bist es ist nicht für dich bestimmt du darfst nicht weiter ja okay ja hat uns nur gesagt dass das ähm wie hieß es nochmal ich habe es schon wieder vergessen naja das Ding das wir da eingesammelt haben dass das nicht für uns bestimmt ist ansonsten ja gut dann schauen wir uns oder hören wir uns die Bänder an ähm Diskette einlegen fangen wir mit Rockets Report 1 und 2 an den haben wir zwar schon gehört aber egal Datum 12. März 2044 diese Disketten sind als offizielle Aufzeichnung der Ereignisse gedacht für den Fall dass mir etwas zustoßen sollte genau wie meinem Vorgänger dem verstorbenen Quabus Dukia ich, Montro Dexter Cat Direktor der Forschungsabteilung von Sarkop habe die größte Bedrohung für unseren Planeten entdeckt die sind der Geschichte der Menschheit je gab jeder der den Inhalt dieser Disketten ansieht bringt sich damit in große Gefahr vor 19 Jahren startete ein speziell konstruiertes Raumschiff zu einer geheimen Mission die von Sarkop geplant und finanziert worden war das Schiff war mit 6 neutronischen Robotern vom Typ QVX2 bemannt die damals den höchsten Stand der Technik darstellten Ziel dieser Mission war es ein ungewöhnliches Signal zu untersuchen das aus dem Weltraum kam dieses Signal war durch einen Ultrawellensender entdeckt worden den Sarkop für die Verwendung zur Langstreckenraum Kommunikation testete das Signal war nicht natürlichen Ursprungs doch auf sein Erscheinen seine Wiederholung und sein Sendemuster hindeuteten nach ausführlichen Untersuchungen stand fest dass das Signal nicht irdischen Ursprungs sein konnte so gab es nur eine mögliche Erklärung ja das ist irgendwas haben sie im Weltraum gefunden das nicht irdischen Ursprungs ist ähm ja hier das Damakron müssen wir mal schauen das werden wir bestimmt irgendwie noch brauchen aber weiter geht's mit die Mission die den Ursprung des Signals entdecken sollte wurde vom geschäftsführenden Direktor der Forschungsabteilung Quavus Tukia geleitet kurz nach der Rückkehr des Raumschiffes erschütterte eine Explosion ins Sarkop-Komplex und das gesamte Forschungsteam darunter auch Quavus kam dabei um die Blacks Nachrichten bezeichneten die Todesfälle als tragischen Laborunfall obwohl ich damals noch sehr jung war wurde ich vom Generaldirektor zukünftiger Nachfolger von Quavus ausgewählt und von Sarkop entsprechend ausgebildet erst 16 Jahre später stieß ich auf geheime Aufzeichnungen von Quavus die mich veranlassten heimlich meine eigene Untersuchung der Mission zu starten während der folgenden Monate fügte ich ein Teil des Puzzles nach dem anderen zusammen ich entdeckte die wahren Hintergründe für Quavus Tod es war zum Kontakt mit einer außerirdischen Intelligenz gekommen nur Sarkop wusste etwas über diese Kontaktaufnahme der Generaldirektor von Sarkop wollte dies geheim halten aber Quavus plante die Entdeckung einer außerirdischen Zivilisation an die Öffentlichkeit zu bringen Sarkop brachte ihn zum Schwein der Generaldirektor opferte Quavus um dadurch die einzige Kontaktperson mit dem Außerirdischen zu werden der Botschafter der gesamten Welt sozusagen damals ande aber noch nicht einmal der Generaldirektor was die Außerirdischen vorher ja Außerirdische interessant das trifft ihr jetzt richtig stark in Sci-Fi ab und die haben die einzige Kontaktperson mit denen umgebracht naja gut weiter geht's ich schau mal wohin das führt ich habe einige Details über die Außerirdischen und ihre Zivilisation entdeckt sie nennen sich Shai Feng ihre Gattung hat sich über einen Zeitraum von 9 Millionen Jahren aus einer extrem komplexen Art von DNA entwickelt sie sind hoch intelligent wie das auch von einer Gattung zu erwarten ist die aus so komplexen genetischen Strukturen entstand ihre DNA hat mit gewissen irrischen Lebensformen einige einfache Sequenz-Codes gemeinsam es gibt allerdings einen bemerkenswerten DNA-Sequenz-Code der irrischen Lebensformen völlig fremd ist dieser genetische Code verleiht den Shai Feng in einer bei keiner anderen uns bekannten Lebensform vorkommenden Gabe der Wahrnehmungsfähigkeit dieser Sinn dient zum Empfang und zur Manipulation einer Energieform über die wir nichts wissen es ist eine unabhängige psychokinetische Energie die von Menschen nicht wahrgenommen wird in unserer Sprache gibt es kein Wörter diese Energieform und die vor den Streifen hingegebenen Beschreibungen sind vage und benutzen zwei miteinander verwandte aber widersprüchliche Begriffe um sie einfacher klassifizieren zu können werde ich diese Energie das Schattenlichtphänomen nennen ja das Schattenlichtphänomen das hat ja irgendwie die Erdmutter glaube ich schon damals erwähnt wir sollten behaupten, dass die Schattenlichtenergie alles im gesamten Kosmos durchdringt sie definieren Leben als jede Form von Materie die diese Energieform aufnehmen kann sie sagen uns, dass auch wir diese Schattenlichtenergie aufnehmen und umformen könnten lass uns aber die notwendigen Körperorgane fehlen um sie direkt wahrzunehmen obwohl es kein spezifisches Organ in ihren Körpern gibt um das Schattenlicht wahrzunehmen und zu manipulieren beweisen ihre Gehirne und Nervensysteme doch unerklärbare Unterschiede zu den unseren Augen sie können das Schattenlicht sehen so wie wir sehen indem wir mit unseren Augen Protonen darnehmen die unsere Gehirne als Bilder interpretieren und sie können sprechen so wie wir mit unseren Stimmbändern sprechen indem wir Tonwellen erzeugen die die Rezeptoren in unseren Ohren als Geräusch interpretieren also hören diese Beschreibungen sind nur als Metaphern gedacht da die Schreiffänen nicht im inneren Sinne sehen oder sprechen es handelt sich vielmehr um eine ganz andere Art der Sinneswahrnehmung oder Kommunikation da wir diesen Sinn nicht besitzen werden wir hinsichtlich der Existenz der mysteriösen Energie wohl immer im Dunkel tappen es wäre als ob wir versuchten die Farbe Schwarz in absoluter Dunkelheit zu erkennen oder ob wir versuchten den Duft der Rose zu hören es ist erstaunlich, dass diese unbekannte Energie tatsächlich der Schlüssel zu Leben und Tod sein soll die Schreiffänen behaupten dass sie der Gönnerfunke sei der Lebensarten aller organischen Materie was im Hinsel bleibt ist warum die Schreiffänen darauf bestehen diese Energie als zwei verbundene aber sich widersprechende Kräfte zu bezeichnen aus unserer Sicht eliminieren sich die beiden Kräfte gegenseitig und führen zu einem Resultat von Null ja Moment mal ist nicht der eine Typ da das war ein Schreiffäng hier der Boss das war einer von den Außerirdischen na gut weiter geht es mit dem Band Nummer 5 ups der Generaldirektor gab den Schreiffängen einen Geheimstützpunkt als Basis für ihre Operation auf der Erde er plante den Großerirdischen Ursprung der Schreiffängen zu vereinigen die es gelangt haben obwohl die Schreiffängen selbst gar nicht versuchten sich vor zufälligen Besuchern ihre Stützpunkte zu verstecken im Gegenteil, sie sind sogar alle gekommen die meisten von denen, die den Stützpunkt betraten, kamen nicht zurück die wenigen, denen dies gelang erzählten von einer neuen, unbekannten Rasse aber die von außerirdisch als Gegenleistung für den Stützpunkt erklärten die Schreiffängen jedem rein für die Prinzipien entscheiden nichts der Generaldirektor war daran sehr interessiert im Rückblick scheint es die Ursache für das Auftauchen neuer Propheten gewesen zu sein sowie Wiederbelebung mystischer Kulte die im letzten Jahrzehnt sehr populär wurden und die noch heute florieren ja, relativ kurz hier der fünfte Bericht weiter gehts vor 8 Monaten entdeckte ich, dass Sarkov nicht mehr unter menschlicher Kontrolle stand und dass dieser Zustand schon einige Zeit ankaufte ich ahnte bereits so etwas, da man die Generaldirektor schon länger nicht mehr persönlich gesehen hatte es gab Botschaften, die er angeblich über das Sarkov-Netzwerk schickte ich ging der Sache nach und schlich mich in eines der geheimen Labors wo er vor seinem Verschwinden experimentiert hatte ich entdeckte dort etwas, auf das ich nicht gefasst war seine Leiche sie schwamm mit der drüben Flüssigkeit einer speziell modifizierten Bio-E-Röwe die Datenanzeiger war eindrücklich er war tot ob er das Opfer eines Anschlags geworden war oder ob er an sich selbst Experimente durchgeführt hatte, die seine Toten gewirkt hatten war nicht weiter wichtig eines stand fest jemand anderer hatte seit seinem Ablegen die Türme geleitet ich hörte vor der Labortür einen Zischen und wusste, dass jemand kam ich schlich aus dem Raum, bevor mich jemand entdecken konnte ich sah gerade noch, wie mehrere Schreifängen das Labor betrachten ich war entsetzt darüber, dass es dem Generaldirektor gelungen war ihre Anwesenheit in diesem Gebäude zu verbergen und ich fragte mich, wie lange sie schon hier waren vielleicht aber den Tod von Quarms kurz darauf werkte ich mich erneut in das Labor das im Generaldirektor zum Grab geworden war aber seine Leiche und alle Hinweise auf seine Experimente waren verschwunden vielleicht war mein erster Ausflug ins Labor entdeckt worden ich beschloss, so viel wie möglich herauszufinden ich verschwieg meine Entdeckung und führte meine geheimen Untersuchungen fort ich war mir nicht sicher, wo das alles hinführen würde jetzt bin ich meiner Sache völlig sicher hm, wird ja immer besser und jetzt kann ich sicher, ob wir die 7 schon angehört haben muss ich kurz nochmal nachschauen ne, die 7 haben wir uns noch nicht angehört, gut ich habe ihn gesehen der Generaldirektor lebt wieder ein grauenhaftes Ergebnis seiner Experimente mit Hilfe der unbegrifflichen Macht des Schattenlichts ist er vor dem Toten aufgestanden er ist Nektro einst war er ein Mensch doch jetzt ist er ein lebender Kadaver ohne Seh ich verstehe jetzt allmählicher Zusammenhang hinter allem stecken die Schreiffängen hätten sie die Schelle direkt angegriffen hätten sich alle Staaten gegen sie verbündet deshalb schufen sie einen Feind Nektro, einen von uns der uns und ihnen her angreifen konnte in der Zwischenzeit infiltrieren uns die Schreiffängen die Waren übersorgen weiterhin und führen ihren Geheimdienst die Schreiffängen sind sterblich man kann sie vernichten wie alle unterbrechen aber ihr verdammtes Schattenlicht verleiht ihnen Kräfte die unsere Vorstellungskraft übersteigen ich muss unbedingt die Geheimnisse des Schattenlichts herausfinden bevor es zu spät ist es ist höchste Zeit zu handeln ja also der Generaldirektor ist anscheinend zu Nekro mutiert nachdem die Aushörer des Schneem irgendwas angetan haben naja, wo endet das? für einige vertrauenswürdige Mitarbeiter gelang es mir die Schutzeinrichtungen um die Schreiffangmatrix herum die den inneren Sarkov-Netzwerk zu durchdringen wir hoffen in der Matrix die Aufzeichnungen und Protokolle über die vom Generaldirektor durchgeführten Schattenlicht-Experimente zu wählen ich habe unserer Mission den Codenamen Black Sun gegeben der Generaldirektor beziehungsweise Nekrom ist ein Beweis dafür dass Menschen das Schattenlicht in einem gewissen Umfang wahrnehmen und kontrollieren können der Generaldirektor, der keinen Einblick in das Wissen der Schreiffang hatte vermutete, dass eine Kristallmembrane als Neuroverbindung mit dem Schattenlicht dienen könnte aber die Technologie auf der Erde reicht doch nicht aus um solch eine Kristallmembrane zu produzieren den Kristall, den ich auf der Stirn von Nekrom sah müssen wir noch die Schreiffang geschaffen haben ich habe erfahren, dass außer diesem Kristall noch ein zweiter existiert ich beabsichtige, ihn in Schreiffang zu entwenden bevor sie ihn benutzen können wenn mir nichts gelingt, werden wir versuchen die Experimente des Generaldirektors zu wiederholen und den Schattenlichtkristall einer Testperson einzupflanzen scheitert unsere Mission, da mögen die Götter uns gnädig sein ja, und diesen Kristall haben wahrscheinlich wir drin wir sind die Testperson, nehme ich mal an so, das war's mit dieser Episode ich hoffe ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei bis dann, euer Nordgate